Scheiße Sie hat nen Drachen? Leck mich am Arsch, das darf ja wohl nicht wahr sein Ach, scheiße 500 Damage, schon mal wenigstens etwas Raus Shit, einer daneben Dart 113 Damage, ey Es ist so lächerlich Oh, scheiße Oh, oh Fuck Da blieb die Erde Oh, no Jetzt wird's nass Oh, scheiße Ein schönen guten Abend, Marcel Marcel, Entschuldigung Hi Und willkommen Aua Aua, das ging ganz schön in die Hose Aua, aua, aua Aua Pfff Was? 800 Damage an Labitz Willst du mich verarschen? Alter Schwede, ey Uff Das hat gesessen Oh, man Nein So, machen wir einmal DREGU Für alle Willkommen beim Verzweifeln Na ja, danke Oh Oh Okay Einmal heilen, bitte Was? Ich komm hier rein und es geht direkt in die Welt mit dem riesen Wasserwello runter Ja, so ungefähr Bosskrampf So gehört das, genau Blumenstorm Blumenstorm Der Drache sieht aus mit Gemüse, was zu lange im Reaktor war Ja, so ein bisschen, ne? Das ist verdammt hässlich Aber das müssen Drachen aus, ne? Der ist wirklich verdammt hässlich Das hat jetzt echt nicht sehr viel gebracht, die Heilung, ne? Ja Dunkle Strrr 25% Aal und Angst Ja Mal gucken, ob sie Angst bekommen Ich glaub noch nicht Dran Kitsching Das Schlimme ist, wir haben ja gegen Linus schon mal gekämpft Und sie war echt eine verdammte Bastardin Beziehungsweise muss man ja sagen, sie ist ein verdammter Bastard Weil sie hat nämlich eine männliche Stimme Wir müssen hier schon richtig gendern in dem Falle Und ich weiß es nicht, ob sie ein männlicher oder ein weiblicher Wengly ist, ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall hat sie eine männliche Stimme Oh wow Das bringt so überhaupt nichts, ne? Sie ist weiblich, das weiß ich, aber sie hat eine männliche Stimme Linus kenne ich auch nur als Männername, ja? Das ist richtig Ich hatte heute Morgen mit Ronny geschrieben Ich hatte heute Morgen mit Ronny geschrieben Danke doch bitte mal für eine Neuübersetzung von Legend of the Goon Version Ronny ist hier Sag ihm das doch selber Ich weiß es Ich hab's auch schon mal gesagt, es wäre eigentlich eine gute Idee, das nochmal neu zu machen Ähm Aber, naja Geht weg Geht weg Ja, da ist er Ja, also es ist Ich glaube das zu übersetzen ist fast Echt eine Scheißaufgabe So, komm Baller hier mal ordentlich rein Achso, ich wollte ja meine Items benutzen Um die mal alle weg zu Hageln Fällt mir auch gerade noch einen Aber ich hab jetzt auch noch einen Weg geblieben Das sieht schon verdammt geil aus Das kann man halt echt Kann man nicht anders sagen Aber die Moves sehen fett aus Oh, den Drachen hat sich schon mal ordentlich einen auf den Dez gehauen Schon mal etwas Drachen, das ist eigentlich eher so eine Weiß ich nicht, eine Flunder Oh nein Oh oh Was machst du denn? Ja gut, das war nicht so schlimm Ist okay Aua Aua Okay Sieht aus wie ein mager Wels Ja, das ist richtig Sieht schon echt hässlich aus So, okay Äh Atemraub Übelbrecher Alle Atemraub Das Schlimme ist, Linus ist immer noch blau Das heißt, sie hat immer noch sauviele HP Ja, im Tribunen geht's, wenn man einen von den Viechern auf den Deckel kriegt Das ist wichtig, aber das ist trotzdem das Toupet So, mal gucken Bringt das was? Ja Jupp Oh Auaah Auaah 288, das ist schon mal ein bisschen mehr So, Rosy Roseman Tödlicher Angriff alle Nein, das macht keinen Sinn Tödlichen Angriffe alle zu machen Ja, ich mach Feuerangriffe Vielleicht mach ich einfach normale Angriffe auf sie Boah, ist immer noch blau Scheiße Scheiße 287, das sieht gut aus Oh nein, Aua Auaah Ja gut, 27 Minuten So, hier machen wir Explosion Flammenschuss Explosion Komm, Explosion Geht auf alles So, jetzt ist sie schon mal gelb Sie ist schon mal gelb Wenigstens etwas Explosion Auaah Oh, einmal ordentlich hier reingekokelt Es macht doch immer noch keinen Sinn, dass Feuer Wasser Also, Feuer mehr Karten an Wasser macht Als alles andere, aber ok Explosion, uah, ja genau Ja, es ist einfach irgendwie käsig Aber ok Es soll keinen Sinn machen, das ist nochmal so Ich weiß Es bleibt aber dabei Macht keinen Sinn Auaah Zum Glück habe ich hier noch relativ viel Dragoon über Ich mach mir nochmal Ach nein Ich hab keine Magie mehr machen Nein, 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 nein Wie heißt der? Regole Immer noch blau So, dann gehen wir mal auf Linus Linus Hier kann ich nichts aufladen 687 Warum habe ich denn dann den anderen Quatsch gemacht? Nein! Er hat seinen Druck verloren, dass ich schläge Was? Vielleicht nicht nur neue Texte, sondern auch gleich eine neue deutsche Synchro Schade, dass meine neue Übersetzung nicht auf die CD gekommen ist Naja, schon so ein bisschen, aber Ach ne, ich wollte hier einen normalen Angriff machen Oh, sie ist rot, sie ist rot, sie ist rot Oh, sie ist rot, sie ist rot Oh, sie ist rot, sie ist rot Kommt man schon auf jeden mit drauf Also, Fetch kriegt man das schon, aber man braucht dann halt eben einen Chip in der Konsole Das ist der Nachteil Das war ja klar, dass sie ihn angreift Genau, der eine hat ja einen Chip, doch alles gut So, Dart macht nochmal einen Explosionsangriff Danach müsste sie auch Geschichte sein Hoffe ich mal, nur noch der Drache über Gucken wir mal Und ich muss dann unbedingt mal mit Lavitz-Mendia dran, das würde ich alle mal heilen So, ich hoffe mal, dass sie jetzt Geschichte ist Na, könnte reichen, muss aber noch nicht Nein, reicht noch nicht Mist Nein, kein Wasser Nein Was hab heute gelesen, es gab wohl einige Anpassungen an die PAL-US-Version gegenüber der japanischen Fassung Okay Inwiefern Anpassung Ich glaub das war's heute Das wird nass Aua Ich glaube, Lavitz ist jetzt erstmal Geschichte Eine kleine Zensur und viele Anpassungen, was die Geld-Drop-Rate sowie die HP der Gegner angeht Achso, okay Autsch Das tut weh So, Lavitz ist erstmal Geschichte Ey, hör mal auf jetzt hier Sonst ist bei mir auch gleich das Licht aus Und nicht mehr so viel Oh komm, mach das olle Viech platt jetzt Kapott jetzt Kapott jetzt 287, die musste jetzt mal platt sein Komm schon Nein Im Japanischen bekommt man mehr Geld Dafür haben nahezu alle Bosse mehr Energie Also noch längere Kämpfe, oh Gott Ah, ich habe eine tiefe Wunde, Regole Übernehme du Ich hab keine Ahnung, was ihr jetzt gesagt habt Ich könnte nicht so schnell lesen Oh Scheiße Ähm Ne, warte mal Er... Ach doch, er ist auch Wasser Okay Ich bin zensiert worden, nur eine Attacke von Rose Die Rose-E heißt in Japan Okay, doch nicht was Zensiert man sowas Komisch, oder? Auf jeden Fall interessant, ja Du sagst es Dass die Japaner sowas zensieren Also Tex heilen So 393 Damage auf den Drachen, sehr gut So, jetzt muss unbedingt sie dran kommen, damit sie heilen kann Und ansonsten bin ich nämlich gleich tierisch Im Eimer Komm schon Nicht der Drache Nicht der Drache Nicht der Drache Nein Nein Und Oh, wir sind so am Arsch Äh, wie hieß das Ding nochmal? Engelsgebet So, in einmal Nein, das war es noch nicht für Dart Noch ist er nicht tot So, wenn ich jetzt direkt noch als nächstes dran bin, dann mache ich eine Heilung auf alle 699 HP regeneriert Oh, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Glück Heilungsregen regeneriert allen 100% HP Regeneriert alle HP Die Hälfte ein HP, reicht vielleicht auch aus So, weil Dart kann sich ja selber heilen Siehst du, dann kriegt er immer noch ein bisschen was dazu Das ist schon mal sehr gut Okay, ich schmeiße ihm irgendwas vor den Pelz Und Geister, Engelsgebet, Geistreinigung Körperreinigung Totalzerstörung Feuer Multi Nehmen wir den Er ist schon mal gelb Regole ist schon mal gelb Regole der Mongole Ja, ich weiß, dass Dart Feuer hat Aber ich möchte auch mal so ein paar Sachen ausprobieren 204% 728 Damage Das hat sich doch mal richtig gelohnt Jetzt klatscht er mir wieder ein Es ist nicht gut Oh, er hat vorbeigeschossen an Rose Schon mal sehr gut So Haben wir noch irgendwas Schönes Erde Wasser Feuer Magma Sprudel Oh, er ist schon rot Er ist schon rot So 417 Damage Könnte reichen Nein, reicht noch nicht Okay Oh, 17 Das wäre es jetzt gewesen, wenn die 17 Damage gereicht hätte Aua Na gut, na gut, na gut Noch mal Aua 232 Damage Aua Aua Komm, mach Regole kaputt Jawoll Komm, komm, komm Ja Bam Easy Regole, wie kannst du das wagen? Jetzt kommt die doch nicht nochmal dran Bitte nicht Oh Gott Kaputt Hinfahrt mit dir, du Komische Dussi da Schön einer auf die Fresse Oh Das war gerade Fanservice Muss ich ja vertonen, ne? Leid Mein Leben Gehört dir Oh, das war knapp Bam Du hast ja gar nicht mitgekämpft Du bist ja gar nicht da Leid Ja, die laufen immer alle mit mir, ich weiß So, ein Wingley stirbt Das ist ein geiles Bild Das sah gerade mega gut aus Das ist so geleuchtet und so Das ist echt cool Lüpp Bekommen wir jetzt einen Dragon Spirit für Shaina? Ich meine, sie hat ja einen Theoretisch Aber nur theoretisch Sie hat einen Ja, aber Kann man sie? Ach ja, das ist doch Stimmt, man konnte sie ja in Wer hatte denn noch keinen? Irgendeiner hatte noch keinen Kongol hatte noch keinen Den könntest du dir ruhig mal geben Dem Kerl 7000 Erfahrungspunkte und 250 Gold Na Könnte ein Level Up für jeden geben Zumindest von der Party Dauert einen Moment So, Albert Auf jeden Fall schon mal So, Rose hat einen Und jetzt kommt auch gleich Dart Genau Mal gucken, wer von den Resten noch einbekommt Haschel Dann Naschel, Haschel So, und sonst keiner weiter Doch, Kongol noch einen Sehr schön Wunderbar Stünden später Ja, genau Sie bekommt einen Meru bekommt einen Ernsthaft? Cool Jetzt kriegst du doch noch mehr Höhenflüge, als sie eh schon hat Wir sind noch in der Ilias-Bucht Genau Das Es ist Meru's Dragoon Spirit Oh, ich bin überrascht Dass Meru anerkannt wurde Ja Heißt das, dass dieser Dragoon Spirit Mich auserwählt hat? Ja Das bedeutet Bin ich einer der Dragoons? Ja Blauen Seed Dragoon Spirit Erhalten Ich bin auch ein Dragoon Wupp, wupp Dragoons Spirits ziehen einander an Und Dragoons treffen sich Nach dem Willen des Drachengeistes Wie Soas Schicksal ist bestimmt Werden wir so Zueinander hingezogen? Willst du das Damit sagen? Es ist nur eine Legende Du willst Leut verfolgen Nicht wahr? Nein Ja, sie freut sich voll Hallo Bist du verletzt? Nein Dank dir, Dart Ähm Ach Gott Sie freut sich immer noch Stühn den Spätere Freut sie sich immer noch Hey Leute Ihr könnt mich doch nicht Einfach ignorieren Wie wartet? Ja, okay Ja Nein No wool K K